ARD Text im Auftrag von Funk So... Ich habe einen Sniper bekommen. Oh, die Sniper ist cool. Magieschaden, oder? Nein. Der Snipe und Magieschaden. Ja, die meisten Waffen haben hier auch Magieschaden, also lasst mich. Hier. Tausche Socke gegen Plasma. Und Gürtel. Hinter dir, ne? Ja. Okay, ähm... Jetzt nehme ich das Master Ninja Gear herstellen. Wo ist das, da wird das Klo auch erfüllen? Beim Barren, ne? Barren. Check it, äh... Ne, ich will's nicht check it haben. Ich bin Lucky. Äh... Lucky, Master Ninja Gear. Und das tausche ich gegen... Tja, gegen was? Scheiße. Ich will's... Ich will's... Ich muss mir die anderen Barren machen, ne? Äh... Du brauchst die... Chlorophyll Barren, mit dem und mit... Äh... Ectroplasma kannst du die Spectre Barren machen. Genau. Weiß nicht, was ich wegtun, sondern dafür. Ja, genau da. Äh... Ich muss auch mal kurz hier einzuchtieren, um Platz zu schaffen. Rocket Lounge, brauchst du den? Nein. Der hat mich getötet, scheiße. Scheiße. Ja. Boots hätt ich trotzdem gern. Scheiße. Guck, da ist der Dodge schon im Ninja Gear. Alter. Komm, schau doch die Schuhe. Ich glaub, wir... Wir müssen irgendwann ne Folge machen. Die ich dann ne Speed-Up-Blaufe mache. Wo wir aufrollen. Ja. Äh... Warum ist eigentlich... Hast du kein... Schild an? Schild? Nein. Weil hier ein Obsidian-Schild in der Kiste ist. Nee, ich hab äh... Den Worm-Schaf an. Nee, nee... Ja. Nee, ich hab kein Ding schon. So, jetzt mach ich mir mal die Rüstung. Ich versuch das glaub ich auch mal. Mit dem ich einfach... So. So. Ups. Dann... Brauchen wir noch... Schwimmheit. ach nöööööö hm? Reizt nicht? nee, ich hab zwar mal die Robe gemacht aus Versehen fuck you ta-dumm oh, das gibt's ja nicht nochmal zurückgehen ja mann, fuck you ist ja beschuldigt So, ich guck mal kurz nach den Pülzen. Ne, das guck ich da hin. Da rein, da rein, da rein, da rein, da, 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 da. Da, 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 da und ich bin schon auf dem Weg, yay! Da ist ein Kilsbiom. Komm ich da hin? Und... Sorry! Ach, ich werde das Ninja Gear an, okay. So, und dann hier rüber. Das ist mir... Da soll ich mich immer bei so Sachen verklicken, ne? Der kotzt mich an. Vor allem gerade bei der Robe, das was er am meisten mit Dinger braucht. Ja! Okay. Hier ist... Stuff everywhere. Und danach machen wir Golem? Äh, jo. Obwohl, erst Pantera nochmal. Okay. Für die Chance auf den Tiki ich sterb. Und da ist ja direkt ein Plop in der Nähe. Von dem her. Äh, Spinnen auspacken. Tömer, das du... Gäugenmascheln. Für meine Plattform. Ich kann mich auch zu... ...Pilzen machen. Wir brauchen noch Trüffelfische für Stück Fisch drin. Okay. Müssen wir auch noch... Sammeln dann. Na gut, wir sind Fisch drin. Na gut, wir sind Fisch drin. Na gut, wir sind Fisch drin. Die letzten Hörten wird das nämlich auch schon erledigt. Oh, ne, Mimik. Und dann können wir das aufstaunen. So, 200 hab ich jetzt. Äh, wir haben... doch wir haben genug. Äh, Chlorophyll, weil du jetzt das ganze Zeug verballerst. Doch, 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 doch. Drei hab ich schon. Alter. Amo, Related Rockets. Ah, Mann, ey! Ah, Mann, ey! Travelling Merchant. Is cold too nice. Irgendwann. Drei Akto. Pass mal, das reicht nicht aus. Was reicht nicht aus? Drei Akto. Ne, ja, ja. Damit kannst du... ...zweilbar in der Stelle. gibt es doch irgendwas was wir im dungeon brauchen können ich glaube nicht die keyblade ist noch nicht getroppt was nützlich ist dass wir brauchen kommt die keyblade ist das nützlichste überhaupt in diesem spiel hast du durch das krieger spielen wegen der keyblade wollte ich am anfang dings spielen dann hat er hau durch die fresse bekommen ja Oh. 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 Arrrr Ich beleg grad was gibt's in den... ...die Kisten Keine Ahnung Gibt es Vampire Knife? Ja Es gibt die Statue für den Beschwörer Ähm Es gibt was ja in den anderen Kisten drin ist Es ist nur Crimson und ähm Crimson und Snow Vielleicht die anderen nie geöffnet hab, ich hab mich nie interessiert Doch, bei Hello gibt's so ne Regenbogengun, stimmt, ne Magiewaffe Okay Die ist auch gar nicht so übel eigentlich So, Spillern gegen mich So, Spillern gegen mich Okay, wir haben zwei Plantiere Boubs direkt daneben der Arena Eine drüben und eine drunter Okay Hier sind wieder jede Menge Life Foods gespawnt Ich hab zumindest jetzt wieder drei, vier Stück Fünf Stück Fünf Stück Alter Egal Egal Ich hab genug zusammen Ist doch irgendwas interessantes getroppt? Nein Ich guck mal nach, aber ich glaub nicht Ich hab's satt Nee Außer du brauchst eine Lichtscherbe Mh, nee Wie ist aus dem Dschungel Näh, aus der Wüste von den Monien Damit kannst du ziemlich coolen Streitkommen erstellen Da brauchst du die Licht- und die Finsterscherbe für Allee Sooo jetzt hab ich das Guck, ich hab noch drei äh, Dings übrig Brauch noch Pilze Schauen wir uns noch alles mit Doch, ich glaube wir brauchen Ectoplasma später noch für Für die Monddinger Kann gut sein, ja Ich glaube für Schnee brauchst du es Also fürs Frost Event Oder nee, für Halloween Für Halloween brauchst du Ectoplasma Also für Pumpkin Moon Oh, Nummer 6 Ja, hol dir auch mal Potts Und komm schon mal Richtung Dumme Sind alle in der Kiste, ich habe neue gemacht So, du machst So, du machst Okay So, ich mache mich dann auf den Weg zu dir, ne? Jo Soll ich da noch was mitnehmen? Ähm Herzwert Nee, halt, wir haben ja schon alles hier Ja Krass, hier ist schon wieder eine gespawnt Nee, das irritiert mich, wenn ich Ich muss irgendwas anderes ablegen, aber ich weiß nicht was Wahrscheinlich echte Schuhe Mit der Rüstung halte ich dich auch mit, ne? Mhm Immer den, der am wenigsten Leben hat Also ich Hübs, so weit Achso, ich habe auch keine Spillunger-Portion mehr und deshalb Ich habe auch keine dabei Ich bin gleich da, ne? Wie viel Leben hast du? 440 440 Dann 1 2 3 So Alter, was geht hier ab? Hm? Ich komme auch wieder hoch Hier ist der eine Händler Der Skeleton Ja, ja Buck Alter Mistviecher, äh, hier I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Just you and I Untertitelung des ZDF für funk, 2017